ich mache jetzt rund 30 prozent mehr schaden im berserker modus meinen anderen effekt habe ich jetzt auch ich mag jetzt mehr schaden wenn ich mal sehr gespannt wird jetzt hier abläuft die halten ist dann war irgendwo die halten hier ist einer welcher mal gucken ein stürmisches gespenst oh nein hey yo was geht die haben ja schon lange über den later streiten oder mit den stadt reingedüßt aber eine ratte ich denke mir so auf schaden ich bin noch nicht aber verdammt ja auch legendärisch getrocknet weg komme ich noch ein trank hallo sturm da ist der busch was ist das toten eines monstens entzündet man seine nähe durch sie mehr schaden verursachen und ein weniger feuer schaden okay nicht irgendwie hat schaden wird wieder auf den 1 diese angriffe sind heftig oh oh ich habe die Skorpion King Dwayne Rock Johnson ja ja oh nein ja die Tür aufgemacht die daraus einen Film gemacht haben aus irgendeinem schlechten ja ja Tom Hanks oder Tom Hanks Tom Hanks Tom Hanks ich weiß wen du meinst aber das ist nicht von so ein Typen das ist leider auch nicht die alte Wahl das ist nicht von ein es ist nicht von das ist nicht von da ich so das ist nicht von viele andere leute in einer film nämlich an brandon frazier ich glaube ich bleibe in diesem raum ja da ist noch einer ich kann es dadurch aber ich hatte voller energie der laser da macht so viel schaden nämlich auch man schattet glaube ich hauha mein kohlen ist vergiftet es war vergiftet gewesen mit moos und gift und sowieso ich muss machen da aber das ist ein stärkpunkt sich wie komme ich dahin geschicklichkeit 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 gibt mehr kritische treffer chancen das vor euch weil ich so oft angeregt wie man den mache da irgendein schalter bis man aktivieren irgendwo glaube hier geister ich mache jetzt noch fertig bevor du mich abschiebt nur damit nervig ich bin ja den anderen raum gegangen ja da ist der raum hier kann wir nicht schlimmer sein als der hier das war auch nicht zu schießen unser lebensgefährlich man hey okay gegner sein an dem schild ich muss genau gesehen wie der gerade abgeführt war aber das ist noch einer verlaufen hat gesehen hat jetzt durch die wand ja ja war echt was ich geister ich bin noch nicht bereit ein schritt so weit entfernt nein es war ich mag die machen richtiger ankommen mit meinen beiden schultern vor sich wird wir sind zu wenig platz für uns alle die ganzen auch einfach weg haben war es noch mal gut hier muss ich euch noch gegen die wand ran oh mein gott ich bin noch nicht oh mein gott wie oft müssen wir euch eigentlich noch die bild blau blitz oder ein paar gegner da sind sie gegner ja ich habe mir das wird sie einfach vernichtet natürlich sind zu stoppt der fein ein ereignis die gegner sind noch hier aber soviel ich glaube nicht also eine peste mal dem schild ehrlich aber im letzten mehr stück ja dann kann ich mich nicht mehr irgendwo bewegen noch mal zum ausgang mit der tür des heiligen wir sind doch schon hier wir sehen ich bin noch nicht mehr übrig ich mache die tür schnell nein ich bin noch nicht bereit da mache ich dann mache ich mehr schaden zu verwundbaren gegnern meine kollegier verwundet ich habe ich die nehmen ich stand daneben dann habe ich noch nie im leben erreicht ja so ein blitzangriff stand direkt neben den aber irgendwie scheinbar noch getrunken zu sagen ja ich will mich wieder davon jetzt meine gegner hat für den skelette der war ja gar keiner hinter ihm werde auf uns gezielt aber ich muss warten man querdenker querschläger meine woher einer von euch anfängt zu schießen nein ich weiß nicht ich meine die horde ist jetzt tot der einzelne gegner alle glauben sie sei für eine große sache gestorben der blitz wieder standen wir vielleicht nicht schlechte in augen gesehen wohin ihre verwerbtheit mal warum punkt ich bin noch nicht mal im kampf drin was geht schon wieder ich glaube jetzt stand da gab an hier auch die jahre greift ich glaube ja aber nicht wenn man stand da keine ahnung ich hab den weg geschuft hinter seinem blitz vorbereitet eine angefliegt immer noch da weil er denn das wäre ein großer typ ja eine barriere oder aufgehoben okay muss man sogar machen ich bin noch nicht bereit so tatsch und gar nicht nein der brunnenweine falle er hat mir gar nicht gesagt ich habe eine falle hier wird da nicht das wort viele gegner gibt es gar nicht nehm ich bin ich war der feuer kann man jetzt eine mächtige aktie hat mich ja ja ich glaube der typ hat mich in den blitz angefallen gezogen laufe herum laufe im kreis okay moment von dem wunderbar zum teufel aber du kämpfst du willst weg denn der eine ist ein teleporter ja gar nicht wie kein schaden die west hat schon wieder noch mal eine runde ich habe keine sens mehr scheiße war der eine kann sich teleportieren der nimmt so gut wie kein schaden weil es hat schon wieder dann kommen wir von einer anderen seite dann kann sich ja da ein ich krieg dir nicht kaputt der eine nimmt kein schaden oder halte er sich die ganze zeit ich weiß nicht was hier los ist ich weiß nicht ob die respawn oder so der eine meine eingriffen machen den so gut wie gar nichts dass er in seinem dritten lab ich laufe noch mal eingestürmt war da jetzt gesagt ja 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 ich muss ja so tat sich der noch gar nicht aus also alles geklappt okay okay hofer stand der bösartigkeit alles war das war nicht mehr lange ja und ja auch einzigartiger körper der opo magnus schon wieder ein reichen wenn ich vorhin bekommen habe da wird so ein guter effekt ich weiß nicht 0,4 prozent mehr schaden pro wutpunkt blöd zumal ist ein ding so schnell level wenn ich alle baut hoch klären blut und schaden wird schon gut sein in karlistan abgeschlossen ist das hier legion zeiten es beginnt in null sekunden und sputen dann ja 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 da war da mein über zum auseinandernehmen die schmiede ist heiß natürlich immer einlagern so lange in mächtigen kolmen ok cool ich muss mal nächstes alt rum danschen ich bin zu mir das ganze wieder zum probieren schmied ich bin es mir ganz zeit okay da war es kopf der heiligen ja damit aldor wald glaube ich auch ja so bastion des glaubens hattest du ne und ich auch hier kann man ja als nächstes machen vielleicht das den herrn genehmigt so bist du mir ich komme da hin als bin ich dann kommen ich bin noch nicht bereit bastion bastion des glaubens 28 oder ich ja du hast ja auch ne wenn er willst aber schon in fahrt den vater blinden hat der blinden nähe nacht bei jäger bastion des glaubens wo ist das habe bastion ist ich bin auch beim schmied hier beschäftigt bis bei normal hier abgeschlossen haben also dann sind eine gute frage naja wir haben hier ein gebiet man nur die hälfte hier ist okay den hole ich mir noch habe ich gar nicht gesehen ist auch noch stärke und eigentlich den euro aber dass eine direkt um die ecke ich hier noch so haben der streit kolm trägt und schadensreduktion und 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 Oh, die beiden sind scheinbar. Müsst du noch schwer ertragen und ich mir schaden mache das hat doof an meiner knoten ist auf schwerter repetiert ich kann alles mit schade sein moment dauert jetzt ein bisschen nur masken oder ich dann mit schwerter ausrüsten dann kann ich auch mein schwert so ein bisschen mehr wenn ich weiß wort ihr alles ist das kann ich hier nicht tun wieso kannst du in der stadt nicht sprinten wird stimmt eigentlich nicht mit dir interessiert auch niemanden nicht so kein verkehr wenn ihr was erledigt haben wollt sollten wir anfangen das von euch hören so weit mit dem schwert ist das stärker ja ich habe meinen kolben stärker als mein altes schwert was ist das irgendwas von deiner rüstung reparieren dann ja obwohl ich nicht alles gut wenn er das nicht weiß ich glaube ja was ist schon sehr schön ist gefunden besser als amulett da tue ich jetzt aber der effekt den bräuchte ich hatte sich jetzt was anderes rein ich mache meine beise sagen dass geschwindigkeit leute ich glaube ja ein bisschen richtig gegen vielleicht bin ich an alter müssen wir auch noch sammeln die ganzen alteure ja das ist mein gott hier sind zehn alter wird er nicht sagen wo wir sind schon einer muss doch hier am strand sein ohne das kann lele vom badeanzug der bestimmten abstecher gemachten altan eingepflanzt ein ereignis beigetreten war aber nirgendwo so einen kollegen der steigt nicht mehr ab auf b nachdem die tasten geändert irgendwie alter von bockers ganz wichtig zu mir hinter der portieren irgendwann seht zeit auf den alter sehr dank ich mich den anbete also das wird euer letzter dummer fehler sein nicht schlecht möglichkeit haben nicht gerade am level da haben wir schon mal aktiviert ich muss machen wenn man schon mal aktiviert ja ja wo sind wir ich sehe nicht na und wir sagen wo ja passion des glaubens da muss ich mir noch so ein gesetzes haus ich habe ihn sofort gefunden gut für dich dann kann man hier wieder vulkanisch aber schon wer die blutkathedrale schwaches elixiers feuer widerstands bitte danke wieso wir verursachen der feuer stand dann ne vulkanisch ist doch ja ok 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 k ok 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 ich muss ich schaden kommen schaden durch den drücken er stecken ich meine wohl kann ich meine dinge die jungs die ganze langweilige aufgaben machen meinst du meinst den gegnern nicht gegner an buffers den tod da drin wartet ein burs auf uns da ist einer menschen das noch ein dritter irgendwo und dann gegen die band gott gott nein ich bin betreut ist er nicht der mit der mit dem schwinger ich glaube das war ja nicht ich höre wieder auf der anderen seite am schreien ist noch ein boss habe ich mal gesehen entdecken mit gegen die fresse ok was wir kommen wir ganz schön schnell da ist ja aufgetaucht der stuhl und ich im weg über stuhl das war der mächtige lokalen und so opfer gefallen ist er kann war Oh Ich habe mir einen Schlag weggepulsiert, er hat ja keine Chance Oh nein Oh nein Oh 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 Ah Ah Äh War ich Ja Hallo Ja Okay, bis jetzt sind noch chillig hier was ist der haken so der haken nein er ist ich bin noch nicht bereit nein gibt nein nein sie haben uns getränkt okay 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 in der es getoppt ich muss warten und dann so weit die rot sind jetzt schon so viele andere sachen rot ich nehme an der bachkriege da kommt so ein lächer stahl aus einem stadt und er geht ja auf die andere naja ja man da macht ihr damit stärker wo auch die hallen der gefräßigen außer meiner die halle der gefräßigen stand da muss man kann man bekommen weil sie nicht dann schwingen und schwingen und schwingen solche ganzen häuser zusammenbrechen ich bin dort da betäubt haben sie mir in rechts gegeben von dem bund auf fahrer geredet genau da bin ich gestorben da steht dann einer eine wasche bei einer oberloch zwei waffern wir sind froh ich bin noch nicht bereit ich weiß nicht ob ich die ganze zeit da betreut nein die wacher der kiste sind aber oder ich meine ich meine knie machen dann aber ich wollte die küsse da reingepackt ich bin tot ja wir müssen extrem gerade was aber auch mit dem was auch immer das sein soll was geistesgestörter ritter ich muss wachen warum wir so schaden gemacht ja ich meine blöde vorkan damit lassen nichts kommt du bist du da brauchst du hast sogar der bau war irgendwie nichts mehr sind immer noch gegner stadt und nicht sind wir noch woher die aber er hat unter seinem schild während er unter diesem schild wirst du nur noch ich ein schild haben dann wer unter dem schild das unter sein schild das unter dem schild ist ich bin noch nicht bereit heiliger brauche ich nicht brauche ich nicht da muss ja mein nein ich werde immer noch meinen dornpanzer wenn ihn jetzt so abgeschlossen ich glaube lang lang 28 ist auch machbar